Ja, bis folgt deiner Patrouille wieder, du Vogel. Danke. Ach, der hat nur... Das ist nur ein Bogenschützen. Bogenschütze. Ach, ihr seid's. Gott. Ja, laufst du schon mal voraus? Ich brauche Material noch. Ein bisschen ein bisschen grimy. Ja, chill. Ich brauche Schwefel. Nein, nix da. Wenn ich irgendwo noch Schwefel finde, ne? Und dann vielleicht doch noch. Ein Schwefel. Kann man nur einen Schwefel dabei haben? Wie doof ist der? Ja, halt die Fresse. Ich schmeiß gleich mit meinem Stein nach dir. Nee. Ihr nehmt! Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Ähm, das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los! Wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig! Los! Ins Haus! Da ist noch Stoff. Nehmt. Babbele. Okay. Dreckstück! Dir zeig es! Da kommen die Wachen! Rodrik, geh in Deckung! Ugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Was? Alles? Bis viel Licht von oben! Sieh! Jetzt muss extra reißen! Vier Dachmänner! Vier Dachmänner! Vier Dachmänner! Vier Dachmänner! Ja, das gibt's nicht! Die zielt nicht! Nie bliert! Verdammt! Verschlossen! Ich brech sie auf! Ja, mach! Ich mach mich schon mal dran! Jetzt zeig ich's! Da kommen die Wachen! Rodrik, geh in Deckung! Ugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! So, ich mach meinen ersten Daumen! So, kriegen wir das von hier oben gelöst! Das verrägt ja unsere Position! Das ist scheiße! Ich hab keins mehr! Brauchen wir da! Wir haben euch also versteckt! Okay, wir laufen mal kurz, komm mit, Bruder! So, Fressin! So, brav ihr Ratten! Und seid ihr satt, ihr kleinen Süßen! Oh, sie sind so knuffig, wenn sie groß werden! Ich hab's nicht gewusst, ich hab' die ganzen Scheiß-Tinner gelöscht! Ja, Snacks! Gott, dann rein mit uns! Scheiße! Nein, Armin, das können wir nicht! Wir werden verbrennen! Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird! Rodrik, folgst du uns? Bis in die Hölle! Da kommt Mörder! Ich kacke! Vielleicht bin ich mit einem Ernährungsstück oder so hier! Das Material, geht! Ja, Bruder, mach auf! Kannst du das übernehmen? Ist recht! Wir haben noch eins zum löschen! Muss reichen! Ja, Fresse! Dann lauf! Schwach, ruhige dich! Ugo! Du hast den.. Kapiton besiegt! Du bist hart im Nehmen! Härter als ich! Wirklich? Ich lüge nie! Das muss der Ausgang sein! Da haben wir Schwefel! 14! Stein! Wenn ich jetzt 16 Späfe finde, dann flippe ich aber aus, du. Sonst kriegt ja einer da auf, dann braucht man sie dafür. Wehe, ich finde kein Werkzeugtisch, Alter. Ich rasch aus. Aufgepasst. Wir wussten, das Einzeln, sofort gerichtet. Dieser Ort steht unter Karapä und fällt unter die Rechtsprechung der Inquisition. Aber wir sind nicht krank. Seht uns an. Wir wollten nur unsere Habseligkeiten holen. Amicia, was soll ich? Was denkst du, was du da unten suchst, oder? Ja, so. So, fertig. Ich will jetzt nicht sterben. Oh, hab Dank. Danke. Der Herr sei mit euch. Kein Ding. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Einer. In Deckung. Bogen schützen. Gut. Und weh, ich kann jetzt nicht mehr ausbauen. Weh, es fehlt irgendwo. Geht doch. Danke. Endlich. Äh, ihre Tasche. Ja, genau. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gell? Finde ich auch. Hm, wo geht's denn hier lang? Fußplatzloot? Nice. Die Kette. Du, du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Ah. Was ist los, Rodrik? Ja, was ist los? Bist du blöd? Wenn's da Loot gibt, ist das scheißegal, was das war. Wenn ein Pappel, der da früher den Bubbes verschlagen hat, ist mir das völlig ladde. So, jetzt müssen wir das Material mitnehmen. Und zwar das, was wir nicht gerade nicht mitnehmen konnten. Vielleicht brauchen wir das später ja noch. Da war das brennte Haus. Das brennt schön nieder. Leider haben wir keine Grillwürste dabei. Gut. Okay. Hü. Alt. Dankeschön. Diese Gasse. Nein. Ich wusste es. Rodrik, was stimmt denn nicht? Wo gehst du hin? Gehen wir. Sein Zuhause. Das kann ich sagen. Die Schmiede. Rudrik. Nichts mehr übrig. Haben sie dein Haus niedergebrannt? Das war die Schmiede meines Vaters. Wo ich aufgewachsen bin. Dort hab ich... Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du lebst noch. Und deine Wurzeln können sie dir nicht nehmen. Du hast recht. Ich weiß, wer ich bin. Los. Wir müssen eure Mutter retten. Mama ist nett. Du wirst sehen. Wir gehen zusammen. Und finden ein anderes Chateau. Hört sich gut an. Der Schmied. Errungenschaft. Wo kann ich vorwärts laufen? Wie ging das nicht? So, wahrscheinlich muss der eine schieben. Und wir knallen die ab. Das ist der Plan. Der Karren. Rudrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Yvonne Sicherheit. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rudrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rudrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knäpps. So, dann. So, dann. So, dann. Jo, passiert. Ich hatte gehören dir. Nochmal. Bastade. Was ist jetzt? Sie haben ihn getroffen. Rudrik, lass den Karren los. Bitte. Nein, wir brauchen ihn. Um dein Fallgitter zu erreichen. Na, mach, 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 mach. Nein. Fuck. Ich muss jetzt nochmal meinen Loot ausbauen. So, 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 so. Wir waren aber anscheinend bei seinem Zuhause hinten, oder? Ne, das ist nicht mehr gespeichert. Die Kette. Du, du solltest nicht. Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Rodrik? Warte mal, können wir vielleicht noch Munitionsbeutel ausbauen, merke ich gerade. Munitionstasche war hier. Ah, das ist falsch. Egal. Äh, wir haben nur 10. Wir brauchen noch ein paar. 13 von 14. Da müssen wir anderweitig Munition herstellen. Kannst du leider nicht überspringen. Hey. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut, dann mal los. Teuer! Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. So, komm. Put, 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 put. So, dann! So, dann! Amicia, die gehören dir. Nein, ich jetzt. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ah, fuck it. Was fehlt? Boah, das kriegen wir eh nicht zusammen. Ganz gerade vergessen. Zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Ah, könnte man so sagen. Müssen wir mal einen Plan überlegen. Kein Schwefel mehr. Okay. Müssen wir auf jeden Fall hinterm Karm bleiben, wenn's geht. Und schauen, dass Rodrik überlebt. Na klar, wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut, dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knirps. Müssen wir einen anderen Tag überlegen. Sobald's eng wird, muss ich in den Karm gehen. Amicia, die gehören dir. In Arbeit. Wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Ah, falsch. Nein, fuck, man. Ich hab nix zum Hersteller mehr. Scheiße. Fuck it. Damn it. Ich hab keinen Schwefel mehr gehabt. Ich muss doch höllisch aufpassen. Hinter uns. Ja, Kleiner. Sag's doch mal früher, bitte. Ja, kapiert. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Der Karren. Rodrik. Ja, komm, hopp. Next try. Ich hasse es. Dass man jetzt überspringen kann. Wir haben so ein bisschen, sieht aus, Maxxia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen ausschauen. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Vor allem, wo kommen die von hinten? Ah, gut. Naja, ich kann auch nicht. Du musst aber höllisch aufpassen. Weil der hinter uns hat, hat uns eigentlich am Arsch gehabt. So ein Arsch! Da vorne sind so ein Arsch! Amicia, die gehören dir! Ich weiß. Oh, oh. Jetzt müssen wir ran. So. Antwortet doch! Dieschen, sie sind hinter uns! Bastarde! Ihr Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Da sind noch mehr! Keine Sorge! Hau schon, warte doch! Ihr habt das nicht geschafft! Ich hab' nur eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir, wir sind da. Steh nicht einfach nur, Rodrik. Komm jetzt, schnell! Oh mein Gott, Rodrik! Mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Bruder, du hast scheiße viel abkriegt. Ich hab' echt mein Bestes getan, dass ich da irgendwie durchkomme. Geh in der Lunge und vorne einen Arm. Das kann man überleben. Wieso? Los! Jetzt du! Alter, Krippchen mir nicht. Kann man das nicht ändern? Geht das nicht besser? Alter, Bruder, sterb mir nicht. Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Fuck! Hätt' man das nicht anders machen können. Hätt' ich nicht besser beschützen können. Komm jetzt! Wir müssen weiter! Das ist ein Punkt, den will ich nochmal spielen im Stream. Das will ich ausprobieren, ob man den nicht schützen kann. Nehmen wir da eher auf Konfrontation, wenn der Bogenschütze geht. Das ist riesig, weil da hier geht. Da muss man aber zack, 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 zack sein. Ich glaube, es geht. Deswegen kann man nicht die Zwille ausbauen. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein! Melli, bitte! Nein! Diese Bastarde müssen bezahlen! Sie werden bezahlen! Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe! Sie hat recht, Melli. Rodrik. Es ist vorbei, Ugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger! Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? Äh, so. Ähm, wie machst du? Ugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Drixkerle zu töten. Melli. Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst, uns Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Ich glaube, wir hätten es auch schaffen können mit dem. Ohne Witz. Das fuckt mich gerade ab, du. Ohne Witz! Ohne Witz! Hallo? Ratten? Danke! Das machst du zum Essen, ja? Ich kann mir jetzt frei laufen können, dann ist ja mir das recht sein. Kann ich erstmal kurz Loot sammeln? Okay, drüben ist niemand. Haha, ich dachte gerade, kurz eingekackt. So. Für mich höhere Wirkung, ja. Ich denke, das wird bald sehr nützlich sein. Sehe ich auch so schwer starb. So, scheiß drauf. Ach du Kacke. Nein! Die Ratten, Alter! Echt jetzt! Ich verlasse mich auf die Mischfiecher, was machen die? Wo ist mein Loot? Ach, da. Na, Hölle trifft's gut, Alter. Ja, das Matrei müssen wir mal aussammeln, okay. Das hat sie aber. Okay. Wieso? Wälder haben wir ausgebaut, sonst können wir nix. Die Zwille ist halt scheiße laut, das ist ein Problem. Hey, hier ist doch jemand, oder? Wachen! Eindringlinge! Wachen! Und da grandma? Na, Brüder? Was wäre natürlich nice, wenn wir da durchwerfen könnten, ja? Ja, das ist immer so, wenn wir da rauskommen, ja? Sürt sie auf! zack wenn die Rassen einst nach oben fällt, man muss nur noch was ja dann komm ich jetzt noch ein bisschen durchlaufen, kurz noch ein bisschen Material schauen alles in einem anderen oh god ich dachte da vorne wären würde er welche lass die scheiße doch nein so ist das sonst auch irgendwo Material? naja gut da oben bei denen ja glaube ich ja ja können wir jetzt gehen? dann kommt er an gehen wir Ugo, Mama ist da drin sie haben auf uns gewartet Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden ihr werdet sterben wenn ihr runter kommt spielt keine Rolle Mami ist ja da unten, sind Ratten sag ihm sie sollen rauskommen, schnell alles klar nein 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 ich bin hier gerade in Deckung gegangen ich stehe jetzt wir haben mich in dem Spiel gestorben wir gehen wir gehen hier gehen wir Ugo, Mama ist da drin sie haben auf uns gewartet Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden ihr werdet sterben wenn ihr runter kommt spielt keine Rolle Mami ist ja da unten, sind Ratten sag ihnen sie sollen rauskommen, schnell alles klar was was nein, all die Fresse echt jetzt Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ich will, vor allem die Katze ihn an da muss ich den Scheiß anhören das ist ja mal im Geschütz das schön, theoretisch das ist ja jetzt den Linken ausschalten vor allem als ob der uns auf uns gewartet Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden ihr werdet sterben wenn ihr runter kommt spielt keine Rolle Amir ist ja da unten, sind Ratten sag ihnen sie sollen rauskommen, schnell alles klar ich hab da drüben was gesehen ich steh in meinem Ort steh in deinem Verdammt zurückkommt Ach, geh doch fort, Mann Alizia, Alizia, du bist tot ihr habt den fucking Headshot abkriegt fängt gleich an Gehen wir, Ugo Mama ist da drin Sie haben auf uns gewartet Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden auch weit schon, da kann man nicht herkommen und nichts machen Ja, kommt doch Gehen wir auf, Bruder Bist du auf, Bruder? Okay Ja, genau, genau Ja, genau Gehen wir hinein Boah, ein bisschen Stress Wollen wir, dass ich fresse? Ich würd so lachen müssen Alter, liegt doch ein Ludrum, ich war nur noch gar nicht so weit Wie geht es mir? Oh ja, das ist alles Wollen wir uns leben Wirklich Gäste Wie geht es mir vor? Ja, nein